hallo und willkommen zurück zu minecraft freestart erst mal alleine ich wünsche ein frohes neues jaha ja wir haben heute den zweiten ersten ach gut ach gut ich hoffe ihr habt alle gut reingefeiert habt es gut überstanden alles wir sind dabei und machen die rakete 5 wenn ich sie finde das ist die vierer das ist die achte wo ist die fünf dort ist fünf dort ist fünfler das kriegen wir hin oder auch nicht okay das läuft schon mal wir kriegen nichts hin was brauchen wir hier für robuste platten ok 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 da bin ich schon dran am machen das sollten wir aber hinkriegen oder alter warum kriegen wir nicht sinn mit eisen ok haben wir doch eigentlich alles achtung gepresst hat sind ok achtung wir gehen mal kurz hier wieder zurück dort dort da ist bu afk 10 eisen nehmen zwar mit hier danke robuste platten zwei haben wir jetzt wir haben hier robuste platten drei davon brauche ich ein paar 1 2 3 danke wir nehmen einfach mal mit gepresst hatte ich ok das sind zwei das sind die 12 danke dann haben wir die hier rein damit sie ja auch damit wir nicht noch mehr stufe drei bekommen so jetzt probieren wir jetzt auf ein neues jetzt sollte es doch klappen rakete stufe 5 das sollten wir jetzt hinkriegen genau wir haben keine redstone was ok wir haben keine redstone fackeln dann würde ich sagen wenn ich nicht zu blöd bin um mich zu verklicken machen wir uns halt mal ein ganzes deck nice das sollte jetzt wieder müssen ein bisschen halten rakete 5 zapp zapp und damit haben wir den deckel nice ja ihr merkt ich bin ein bisschen angeschlagen aber auch nur ein bisschen so zapp eins eins wir kriegen nur eins manchmal liebe ich dieses me system manchmal hasse ich es so zwei kriegen wir hin zwei brauchen wir glaube ich auch nur das soll zwei passen zapp was ist denn hat ich brauchen wir und robuste platten stufe 1 gut robuste platten stufe 1 brauche ich vier stück ok ähm davon eins zwei drei vier nice so ja das legen wir uns trotzdem mal so ins inventar rein dann brauchen wir auf jeden fall ne na oh es hat gerade ein bisschen gehorkt ähm na wo muss er hin genau zapp den brauchen wir voll ist aber kein problem sollte klappen das einzige problem was wir haben werden ist wahrscheinlich mit den ähm mit den äh gesteinsplatten aber gut äh mit den gesteins mit den äh äh na sagt es mir äh äh hier mit den meteorischen eisen da müssen wir aufs buhwack mal da hat es buhwäldchen noch was brauchen wir hier stufe 3 stufe 3 robuste platten 2 sollten wir doch eigentlich nicht haben das passt soweit das passt robuste platten 2 haben wir nirgendwo das ist nice robuste platten 2 ok ähm zapp ok da haben wir das ok 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 zapp zapp ich räume alles ins inventar wieder rein so zapp zapp und dann gucken wir nochmal rakete rakete wir haben glaube ich wahrscheinlich zu wenig robuste platten 2 1 2 1 ja zeig ich doch und zu wenig robuste platten 3 ja nice das läuft schon mal das läuft schon mal guck mal hier nochmal robuste platten 3 haben wir auf jeden fall noch ähm aber keine 2 mehr weil das mondgestein fehlt ja nice 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 das läuft bei uns das läuft bei uns das läuft ähm ähm äh äh rakete ähm es läuft es läuft es läuft es läuft mondgestein fehlt es boh mondgesteins fehlt ähm das mondgestein äh das mondgestein äh das mondgestein ja ich gebe dir mal kurz deine sachen wieder dann bin ich auch wieder frei und hast du die 1er stufe angezogen und guten tag an die zuschau die 1er stufe ja weil bei mir hast du jetzt das rote hemdchen an dagegen sonneneinstrahlung achso alles gut danke ja warte ah danke ich bin nämlich glaube ich mal wieder kurzzeitig gestorben aber diesmal war es ein fail also diesmal war es wirklich ein richtiger fail wie halt so oft bei mir da hatte ich so viel ja ok ey höp höp so das war es glaube ich oder fehlt dir noch was nö das war es wobei die fleischbahnen eher dir gehören aber gut naja das das dann legen wir das noch auf die 4 äh na ich bin da bis so so jetzt mal raus so also hole ich die 2er äh ja mach das mal oh jetzt ich bin wieder schnell wie hund das da rein das das da rein das das da rein gut wir sehen uns gleich bei einer kleinen pause danke so wir sind wieder da bitte gerne Spoo Bitte? Danke, bitte gerne das Buch. Rakete. So, die Fünferrakete. Jetzt sollte es eigentlich alles so weit passen. Wir gucken jetzt gerade mal. Dafür brauchen wir einen. Genau. So, füllen den dann kurz wieder auf. Zapp. So, der hier rein. Hast du die Bahn aus Kupferbahn und Aluminium gemacht, die ich dir gesagt habe? Ja, die sind immer im ME-System. Wie viel hast du davon? Weiß ich gerade nicht, weil ich hier gerade mein Hilfstriebwerk noch fertig mache. Alles klar. Hä? Ich habe doch vorhin zwei davon gemacht oder bin ich jetzt schon wieder so verwirrt? Zapp, ok, zapp. Im ME-System sind keine drin. Was? Für die PK. Was brauchst du jetzt von mir? Diese Dural Aluminium, die ich dir gesagt habe, in der Montagemaschine. Nee, ich habe die noch nicht in der Montagemaschine gemacht. Äh, ok. Hast du mir jetzt noch robuste Plattenstufe 2 reingelegt? Nee, gell? Nee, ich habe dir die normal. Die 2er musst du machen. 2er mache ich. Ähm. Danke. Dann mache ich mir schnell die 2er. Ist kein Problem. Ich bin wieder viel zu schnell. Viel zu schnell. Viel zu schnell. So. Dann haben wir das, das. Wir haben die Triebwerke. Ähm. Wir haben doch aber auch schon. Oder bin ich jetzt so doof? Nee, das haben wir schon gemacht oder? Achtung. Das, das ähm. Alter. Na, merken. Das ist viel zu schwer. Doch, schwere Raketenmotor, das müsste es sein, oder? Es fehlen noch 2 Finnen und der Motor. Der Motor kommt gerade hier rein. Und dann noch 2 Finnen. Ja, die kommen sofort. Und zwar genau jetzt. Wupp, 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 wupp. Achtung. Rakete. Die 5. Oh, ich habe leicht Husten, wenn mir das nicht auffällt. Es war ein Job. Äh. Ich glaube, ich brauche noch eine robuste Platte Stufe 3. Oh, das wäre pimmelig. Wenn ich einen noch bräuchte. Hast du noch eine? Haben wir noch eine? Wenn hier drin keine ist, dann nicht. Das wäre jetzt arg pimmelig. Wenn es daran scheitern sollte. Äh. Rakete. Achtung. Ich mach den noch einen. Also hier 2er sind, dann brauchst du nur noch Dash. Hast du noch Dash? Ich bin Dash frei. Ich habe keinen Dash mehr. Ich habe vorhin alles reingehauen, was rein zu hauen geht. Wo packt man das nochmal rein? In den Ofen, oder? Das Dash? Ja. Ja, dann. Und? Ja, wir brauchen noch eine robuste Platte 3. Hihihi. Wir sind so gut. Irgendwas hängt immer. Das sowieso. Warum bringt das nichts? Was muss man damit nochmal machen? Ach so. Hast du schon die Dash bauen? Nein. Ich habe das unverarbeitet. Warte. Kannst du es abbauen einfach? Weil ich habe es mit der Hutzungkeit abgebaut. Ja. Jo. Und dann kannst du es schmelzen. Warte ich mach. Brauchst du einen? Ne mach ruhig. Mach alles drauf. Au. Reiß wieder dich aus. Ich reiß. Ich reiß halt mal aus. Alter, wie viel Dash hast du denn gefunden? Ich habe das wie meine aufgestellt. Wir brauchen eh noch was da. Ja gut, gut, gut. Reicht, 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 reicht. Ich muss dich doch her. Reicht jetzt. Hör auf jetzt. Gut, dann setze ich das da in den Ofen rein. Ähm. Ja, wenn der Ofen frei ist. Zap zap. Komm wieder runter und mache mein Loch zu. Danke. Dass du mein Loch zu gemacht hast. Kann ich mir ja so nicht angucken. Ja, sorry. So. Ein Dash sollte reichen. Der kommt dann hier. Genau hier haben wir noch frei. Zap. Wird jetzt hier gepresst. Oh. Spur hast du gut ins neue Jahr gefeuert. Aber sicher und doch. Aber sicher doch. Äh. Wo machst du die Stufe 3? Machen wir dann zap. Die zwei laufen. Ja, ja. Wir brauchen nur eine. Genau. Nice. Oh, es läuft. Wir kommen immer uns näher. Wir kommen näher. So, jetzt haben wir. So lange die Rakete dann auch existiert. Ich bin mir nicht sicher, ob das diesmal klappt. Sei ruhig. Ich hab Angst. Sag sowas nicht. Das klappt schon. So, also ich wäre soweit fertig. Und du? Mir fehlen noch vier Platten. Die müssen durchlaufen. Okay. Okay. Kein Problem. Aber du könntest, wenn du Langeweile hast, schon das Ganze nochmal machen für die 6er Stufe? Äh. Nein. Was nein? Also, ja, mach ich. Ich guck grad. Ich wollte hier grad meine Rampe noch aufbauen. Rampe? Meine Rampe. Hast du? Meine Ramp. Und auffüllen könntest du auch sonst wegen. Ähm. Hier. Treibstoff. Oder ist der voll? Der ist voll. Okay. Dann läuft's. Der ist auch voll. Der ist auch voll. Yes. Okay. Dann läuft's. Ich mach schon mal ein bisschen was für die Rakete. Der ist 6. Da hast du recht. Das kann man machen. Ähm. Ja, das ist immer das gleiche. Komischerweise. Man muss immer diese Teile wieder machen. Ähm. Ja. Hast du noch ein bisschen Dash? Ja. Ich bin grad drüben. Ich komm gleich. Ja. Ich frag mal. Ich frag mal. Ich schau hier auch noch ein paar Dash-Bachen durch. So. Dann gucken wir mal was wir brauchen wir für die Rakete 6. Natürlich klar den Bauplan. Wo ist eine Rakete 6? Das ist 3. Das ist 2. Das ist die 5er. Da müsste das doch eigentlich die 6er sein. Ja. Richtig. Ähm. Stufe 3. Okay. Redstone Fackeln haben wir. Das haben wir vorhin gesehen. Davon an haben wir jetzt ein paar gemacht. Da haben wir natürlich wieder nichts mehr drin. Das ist nice. Das läuft auf jeden Fall. Zap. Ähm. Zap. Zap. Okay. Dann kriegen wir hier schon mal die Stufe 3. Ähm. Den holen wir uns grad mal wieder. Genau. Ah. Jetzt weiß ich was wir vergessen haben. Wir können hier noch. Ähm. Hier noch das hier rein. Genau. Dann passt das hier. Okay. Äh. Was brauchen wir noch? Rakete 6. Rakete. So. 6 haben wir beschlossen. Ist diese hier. Ähm. Dafür brauchen wir auch die Stufe 3. Okay. Hier brauchen wir wahrscheinlich auch Stufe 3. Genau. Robuste Platten und das da. Okay. 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 Äh. Hast du noch Mondgestein zufällig? Oder robuste Platten Stufe 2. Okay. Bin ich dir doch reingetan oder hast du es noch wenig jetzt? Okay. Ich glaube ich hab schon wieder alles. Okay. Alles gut. Alles gut. Ich glaube hier mal so. Das sollte reichen. Ähm. Das Zap. Okay. Hier fehlt Aluminium. Okay. Das ist natürlich doof. Ähm. Gebrest. Aluminium. Nice. Sonst da irgendwo was. Das war's glaube ich. Genau. Und sonst haben wir alles verbraucht. Okay. Einmal zwei auf Escape. So Spookywert bist du. Ich hab dich gehört. Fertig. Okay. Ähm. Ich schmeiß dir in die Kist. Hast du noch Bronze Platten? Ähm. Und sonst haben wir. Nein. Haben wir nicht. Okay. Das ist schade. Dann mach ich noch welche. Weil Bronze Platten. Ich kann das ruhig machen. Du musst jetzt ja eh los. Ah. Ich bin schon dabei. Ich bin schon dabei. Zap Zap. Das läuft. Zap. Dann hier machen wir. Zap. Das war jetzt doof. Zap Zap. Guck mal Spooky. Ich lege dir schon mal alles hier rein. Und zwar Zap. Ich lege das mal alles so ein bisschen hier. Zap Zap. So. Für die Rakete 6. Und das. 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 So. Und dann Road to Rakete 5. Ich hab ein bisschen Angst Spooky. Dass es wieder nicht klappt. Aber kein Shift drücken diesmal. Ah. Ich hab die Rakete. Kannst du meine Rakete schnell aus dem Inventar holen. Bitte. Ich vergesse immer dass ich die Rakete mit dazu nehmen muss. I'm so sorry. Hast du sie? Ja. Hab ich. Coole Sache. Ich hab sie. Okay. Dann legen wir die hier rein. Okay. Achtung. Drei. Zwei. Eins. Und. Ich hab sie. Nein. Guck. Zum Glück. Ja. Die ist ziemlich übel. Wow. Haha. Geiles Ding. So. Die stell mir jetzt mal auf. Uiuiuiui. Au. Und. Was meinst du wie die abgeht? Wie schnell. Alter. Guck dir das an. Zum Glück hast du dein Loch so hoch gemacht bei mir. Guck dir schon aus der Erde raus. Echt? Ja. Aber die. Aieieiei. Was ist das denn für ein Ding hier? So. Wir gucken mal. Ah. 31% erst. Schade. Dann gibt's nicht mal ein Fenster wo man raus schaut. Ne. Find ich bisschen schade. Wie sieht's bei dir aus? Der hat noch alles. Das passt soweit. Ja komm. Fühl dich auf. Fühl dich auf. Ah. 60%. Mir kommen der Sache näher. was hast du jetzt da gebracht hier ich brauche genau stufe 3 ist gut stufe 3 war gut braucht noch ein paar stufe 3 und ein paar stufe 2 das sollte so sollte so passt ok so dann fangen wir an zu fliegen es 97 98 99 100 let's go ich bin gespannt und wir fliegen auf den ins latus alles korrekt und holen uns da den bauplan für die stufe 6 aus buh guck wie ich fliege kuckuck alter das ding ist schon fast so groß da bin ich ja schon fast im himmel was ist das bitte please aber schade dass kein fenster gibt das stimmt das ist ein bisschen schade normal schaust du immer voll begeistert raus ich fliege so wo finde ich silatius silatius in silatius jupiter kann ich schon nicht fliegen ok merkur stufe 3 saturn saturn das sieht aus wie ein hotdog guckt euch das alles sieht aus wie ein hotdog ich glaube du hast noch nicht gefrühstückt das stimmt auch wieder und dann fliegen wir auf den in silatius richtig start achtung micro stützer ich schwöre euch das sieht original aus wie ein hotdog guckt euch das an das ist hotdog forever oh hier geht es schon wieder rund oh oh ewig viele monster weg 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 mag ich nicht warum ich hab doch bitte auf ich komme hier noch nicht mehr raus weg hau ab du und ich habe nichts gemacht hau ok alles klar komm her so arschkrampe dicker hör auf jetzt ich werde hier nur von endermännern angegriffen warum auch immer aber dafür kriege ich ewig viele enderperlen was ist das hier was ist das unbekannter kristall einfach mal abgebaut weil es kann ist so ich würde ja gern irgendwas machen aber ich werde hier nur angegriffen ich fliege jetzt hoch gut dann sind wir auf den in in silatus sind wir gelandet würde ich sagen wenn es euch die folge gefallen erzählen wir uns in der nächsten folge bis dahin haut da rein und tschau zu sehen wir uns in der nächsten folge